rechts rechts hier richtig verstanden links weiter 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 wo bin ich hier weiß gar nicht ob ich noch bin ich auf dem fahrt und weiter naja sonst laufen wir einfach quer durch den wald komm weiter 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 hey komm weiter 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 hopp rechts super ok ich bin noch nicht auf dem fahrer ich bin glaube ich 1 ist wohl abgebogen komm Aira Aira aber es macht nix und die hunde spaß weiter weiter hey du warst doch schon richtig Aira komm man sieht richtig dass kein weg vorhanden ist weil die hunde hier trotzdem quer rennen weil wenn ein weg da ist dann freuen die auf den weg so hier ist der weg wieder jetzt seht ihr auch folgt dem weg so und das ist der trail den ich auch schon runtergefahren bin mal kurz ein foto machen von den hunden weiter 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 und der geht richtig ab hier der trail also den runter kommt man fährt ungefähr fünf minuten runter den runter zu fahren also ich habe nur durchgängig die bremse gezogen rasen das geil fälle ausblicke hier alles weiß alles weiß das geil jetzt richtig hoch weiter 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 ein paar voros so empfang ist gut weiter weiter also hier geht es richtig weg hoch seid ihr wieder da könnt ihr wieder gucken ich hab euch auf dem schirm sind wir richtig exklusionsmäßig unterwegs heftig es geht heftig hoch wie gesagt ich weiß nicht ob ihr das seht also das ist gerade und ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt das ist gerade und den weg runter gefahren weiter weiter super weiter stempelstelle ok der baum lag vorne nicht da muss man eine kleine kurve fahren wenn man runter fährt beispielsweise jetzt gerne hier runter brettern da hätte ich ja bock drauf fein fein das ist wirklich ein geiler terrain aufpassen dass man nicht ausgerutscht auf dem schiefer so ich zeig euch die aussicht wie man sieht sieht es hier fast in der schwarzaule aus gerade weiter links weiter keine ruhe dachte ich müsste abbiegen aber ich wollte eigentlich nur dass die Eira vom Baum auf die andere Seite vom Baum geht auf die andere Seite vom Baum geht ich muss gleich noch mal wischen ich muss gleich noch mal wischen so klär Moment das ist das ist diese eine tropfen hier jetzt mal weiter Aira hey was würde ich hier jetzt gerne runterheizen habt ja keine ahnung so up, 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 up ja ich weiß was du jagen kannst aber sind wir jetzt nicht und weiter heira das sind Hase ich weiß es nicht so, wir haben den nächsten Aussichtspunkt rechts also wir haben hier ungefähr 15cm Schnee da haben wir gerade ein Bild oder paar Bilder ist ja schnell so, Gipfel, Kuxlei, 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 ich bin langsam dann